Ich habe für zwei Freundinnen Babyschauer-Partys ausgerichtet und möchte in diesem Video meine Ideen mit euch teilen. Unten in der Infobox verlinke ich euch alle meine Bezugsquellen. Was ich euch jetzt als nächstes zeige, habe ich bei Party Discount bestellt. Zum einen hier diesen wunderbaren großen Luftballon, den man mit Helium füllt, den habt ihr schon am Anfang gesehen. Außerdem diese Girlande, dieses Muffin-Set mit passenden Spießern, die zeige ich euch gleich nochmal ein bisschen genauer. Und dann noch ganz gewöhnliche Ballons, die man aber durchaus auch mit Helium füllen kann. Des Weiteren gehören auch noch diese Pappteller dazu. Ich habe jetzt hier diese tollen Muffin-Förmchen mit diesen Steckern at the Boy. Und damit werde ich jetzt leckere Muffins machen. Den Body, den ihr hier seht, habe ich bei Shirtinator drucken lassen. Auf der Party selber kann man dann zum Beispiel mit solchen Stoffmalfarben weiße Bodies oder Lätzchen bemalen oder einen Gipsabdruck von Babybauch machen. Diese Gipsbinden habe ich ganz einfach in der Apotheke gekauft. Neben dem blauen Body ist das auch noch ein Geschenk für die werdende Mama. Wie ich diese Hospital Survival Bag gemacht habe, verlinke ich euch nochmal unten in der Infobox. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und hat euch ein paar Ideen für eine Babyshower Party gegeben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020